Hi und willkommen zu einer Sommerausgabe von Wieso, Woher, Warum, der Podcast rund um Kinderfragen. Wir sind mitten im Sommer. In den kommenden Tagen werden hier Temperaturen um die 35 Grad erwartet. Puh. Im letzten Jahr habe ich in dieser Zeit auch eine Sommerpause bei meinem Podcast gemacht. Dieses Jahr mache ich es allerdings ein wenig anders. In den nächsten Wochen wird es deswegen kleine, feine Folgen geben, damit du nicht ganz auf den Podcast verzichten musst und, wenn du Lust hast, auch in deinen Ferien mir zuhören kannst. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Wort Urlaub. Woher kommt das und was bedeutet es? All das und vieles mehr erfährst du heute. Das Wort Urlaub kommt eigentlich aus dem Altdeutschen und heißt eigentlich Urlaub. Klingt ein wenig anders, stimmt's? Aber das ist mit vielen Wörtern so, die es schon lange, lange Zeit gibt. Mit der Zeit verändern sich die Wörter und es entsteht ein Neues. Fast ein bisschen so, als wenn man stille Post spielt. Da kommt manchmal auch ein ganz anderes Wort bei raus, als der Spieler zu Beginn ausgesucht hat. Dieses Wort Urlaub gab es damals, als noch tapfere Ritter in den Ritterburgen lebten. Übersetzt heißt das Wort übrigens Erlaubnis. Und die brauchte so ein Ritter manchmal. Wofür? Na, um in den Kampf bzw. in den Kreuzzug zu ziehen. Da er in dieser Zeit bei sich zu Hause nicht helfen konnte, brauchte er die Erlaubnis vom König, um losziehen zu können. Aber nicht nur Ritter brauchten manchmal Urlaub. Auch Knechte und Mägde konnten damals, wenn die Ernte auf den Feldern geschafft war, zu den Bauern gehen und diesen um Erlaubnis bitten, den Hof kurz verlassen zu dürfen. Anders als heute wurde früher der Urlaub nicht bezahlt. Man bekam also für diese Zeit keine einzige Münze. Das kam erst später. Und zwar im Deutschen Kaiserreich. Damals war Urlaub etwas ganz Besonderes. Und nur bestimmte Beamte durften überhaupt Urlaub machen. Allerdings nicht, weil sie ja so einen anstrengenden Job hatten. Eher im Gegenteil. Es hieß, dass die Beamten sich viel zu wenig körperlich auslasten würden und sich dringend bewegen mussten. Heute habe ich eher das Gefühl, es ist umgekehrt. Und ein Großteil der Menschen braucht Urlaub, um sich etwas zu erholen und sich mal nicht so viel zu bewegen. Im Jahr 1903 gab es dann einen Erfolg. Erstmals durften auch normale Arbeiter drei Tage Urlaub im Jahr nehmen. Klingt für uns heute unglaublich wenig, oder? Drei Tage im Jahr? Aber für die Menschen damals war das ein ganz schön großer Schritt. Wie gut, dass wir heutzutage mehr Urlaub haben. Urlaub heißt also übersetzt, dass unser Chef uns die Erlaubnis gibt, etwas zu entspannen und kurz die Arbeit zu vergessen. So, nun wünsche ich dir weiterhin einen schönen Urlaub mit ganz viel Sonne. Und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Bleib neugierig, deine Christina. Malzahnene Malzahnene Untertitelung des ZDF, 2020